Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die wichtigsten KPIs, also die wichtigsten Kennzahlen innerhalb von Google AdWords zeigen. Gut ist hier, wenn man sich so eine Trichterform als Bild vorstellt, also den sogenannten Marketing Funnel. Ich gebe also oben als allererstes mal mein Budget ein und dann kann ich über dieses Budget eben Werbeeinblendungen erzielen. Das sind die sogenannten Impressions. Wenn dann Interessenten auf diese Werbung draufdrücken, dann ist das ein Klick. Das heißt, das wäre eine weitere Kennzahl. Wir haben also einmal Impressions und einmal Klicks. Wenn ich jetzt diese beiden Kennzahlen ins Verhältnis zueinander setze, also Werbeeinblendungen, Impressions, im Verhältnis zu Klicks, dann bekomme ich die sogenannte Click-Through-Rate, also eine prozentuale Angabe zu dem Verhältnis von Klicks zu Impressions beziehungsweise von Impressions zu Klicks. Die zeigt mir, wie relevant eine Anzeige ist. Denn wenn ich ganz viele Werbeeinblendungen habe, aber nur ganz wenig Klicks, dann weiß ich auch, meine Anzeige ist wahrscheinlich nicht so gestaltet, dass sie für Interessenten anziehend wirkt. Und genau das sollte das Ziel sein. Von daher ist die Click-Through-Rate eine sehr wichtige Kennzahl innerhalb von Google AdWords. Dann eine weitere Kennzahl, die ist jetzt vor allen Dingen für Sie als Werbetreibende wichtig, ist die Conversion. In der Regel ist eine Conversion ein Kaufabschluss. Das ist also dann das, was Sie zurückbekommen in dem Moment, wo Sie in Google AdWords investiert haben. Sie können dann eben auch, wenn Sie die Klicks, die Sie generiert haben, ins Verhältnis zu den Conversions setzen, auch herausfinden, wie viel kostet Sie eigentlich einen Kaufabschluss? Auch das ist wichtig, um eben im Rahmen eines kennzahlengestützten Marketing-Controllings Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet, Sie haben als allererstes das Budget, was Sie einsetzen. Das ermöglicht Ihnen, überhaupt erst Werbeeinblendungen zu erzielen, die Impressions. Darüber generieren Sie Klicks. Und über die Klicks generieren Sie eine sogenannte Conversion, einen Kaufabschluss. Die zentrale Kennzahl, hatte ich gerade schon gesagt, ist dabei dann vor dem Kaufabschluss die Click-Through-Rate, also das Verhältnis von Impressionen zu Anzeigen. Dieses können Sie aber nicht pauschal als Indikator nehmen, sondern Sie müssen es immer ins Verhältnis setzen zu der durchschnittlichen Anzeigenposition. Und auch die können Sie relativ leicht einsehen in Google AdWords. Warum ist das wichtig? Weil natürlich die Click-Through-Rate alleine mir keine Aussage darüber gibt, wie erfolgreich eine Anzeige ist, weil die immer abhängig von der Position ist. Das können Sie relativ leicht selbst reflektieren, wenn Sie sich überlegen, wie suche ich eigentlich selbst in Google, also wenn ich eine Suchanfrage eingegeben habe. Dann klicken die meisten auf die erste Anzeige und nicht auf die zweite, dritte oder vierte. Das bedeutet, die Click-Through-Rate ist natürlich höher, wenn ich immer auf Anzeigenposition 1 bin, als wenn ich immer auf Position 3 bin. Und das müssen Sie entsprechend mit in Betracht ziehen. Jetzt kann ich Ihnen keine konkreten Zahlen dazu geben, weil auch das variiert. Sie können dann aber eben gucken, wo ist die Click-Through-Rate hoch und wie ist im Verhältnis dazu meine Anzeigenposition. Und darüber erfahren Sie, wie gut ausgesteuert ist denn letztendlich meine Anzeige.